herzlich willkommen zur neuen folge fortnite wenn ich dir gefallen dann würde ich mich riesig freuen wenn ihr ein abo da das ist kostenlos sondern verpasst in zukunft keine videos mehr und lasst auch mal gerne eine bewertung auf dem video da schreibt mir auch gerne irgendwelches feedback in die kommentare was vielleicht nur verbessern kann würde mich auf jeden fall richtig freuen im item shop haben heute den sofort wieder drin und neuen emote ich würde sagen wir beginnen mit dem skin von gestern hier den cobra skin mit den knochenfinger als spitzhacke und noch der neon gift lackierung dann haben wir den aura skin dann die männliche version gilt als nächstes dann der sumpfmann der ja seit dem letzten oder vorletzten update also seit dem letzten davor letzte mal wo er im shop war hat er drei neue stile bekommen nämlich einmal hier diesen blauen stil dann den orangenen stil und an den violetten stil ist auf jeden fall ganz nice dann haben wir noch den dinamo skin ist relativ beliebter skin spielen sehr viele pros dann haben auch den ratschlag als fortbewegungs mode ist glaube ich jetzt erst das zweite mal im shop drin und vielleicht das dritte mal wirklich nicht häufig dann der stachel schwinge und dann heute neu gute laune gegen als fortbewegungs mode dann haben wir noch den ranger als klassisches not skin outfit oder als letztes noch keine ahnung das war es dann mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao